Der Spiel begann, der ist jetzt bei uns. Herzlich willkommen, Herr Oesil. Tolle Kulisse und schon ein richtig ansehnliches Spielchen. Hat es Ihnen auch Spaß gemacht? Auf jeden Fall. Ich glaube, das Stadion hat ausgetauscht. Gut, da hat es eine Schwere hier gehabt. Er hat noch mal Gas gegeben. Das ist das Leben schwer gemacht. Aber letztendlich denke ich, dass er mit ihm gewonnen hat. Das ist das Leben schwer gemacht. Wo ist das? Das ist das Leben schwer gemacht. 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 Vielen Dank.